Du hast den Henkelpott tätowiert. Wirst du in deiner Karriere nochmal die Champions League gewinnen? Ich glaube, gewinnen wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, schon einmal zu spielen war nicht schlecht, aber noch einmal zu spielen, glaube ich, wird ein bisschen schwierig. Welche Erinnerungen kommen in dir hoch, wenn du an Real Madrid denkst? Ja, ich glaube, nur hervorragende Erinnerungen. Ich glaube, auch noch gewonnen, ein Tor geschlossen, ich glaube, in Bernabeu, richtig emotional und einfach eine Top. Wie sieht der perfekte freie Tag für dich aus? Der perfekte freie Tag ist, wenn die Frau hier ist, ein bisschen Sonne genießen, zum Strand fahren, ja, eigentlich einfach mit der Frau genießen. Welchen Beruf hättest du, wenn du nicht Fußballprofi wärst? Ja, ich glaube, irgendwas im Fußball oder für Spielfelder oder irgendwas mit Fußball. Kannst du da konkreter werden? Ja, so etwas wie Greenkeeper oder so. Ist schon geil. Weitschuss oder Fallrücktier? Weitschuss.